Die Arbeitsschutzkleidung, inwieweit hat die sich denn in den letzten Jahren verändert? Was ist neu? Verändert speziell hat sich in der Arbeitsschutzkleidung natürlich die Schnitte. Der sogenannte Blaumann, den es also früher gegeben hat, gibt es also nicht mehr. Die Schnitte sind also modischer geworden. Die Hose soll mittlerweile so sitzen wie eine 501 von Levis. Natürlich soll sie auch obendrein noch bequem sein. Das auf alle Fälle. Inwieweit ist es wichtig für Sie hier auf der A plus A da zu sein? Welche Kunden wollen Sie für sich gewinnen? Wir beliefern speziell den Industriekunden und den Großhändler. Da machen wir natürlich hier auf der A und A Akquise und versuchen natürlich dann eben noch Kontakte zu knüpfen ins Ausland, also ins europäische Ausland. Was erhoffen Sie sich noch von der A plus A? Ja, wir hoffen uns von der A plus A, dass es nochmal einen neuen Schub gibt. Sag ich mal, das letzte Jahr war schon nicht schlecht, aber speziell jetzt bei der A und A versuchen wir natürlich immer, dass es wieder noch einen besseren Schub gibt und die Geschäfte dann eben halt noch ein bisschen besser werden, als sie selbst im Moment schon sind. Dankeschön. Viel Erfolg. Vielen Dank.